Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Video für dich und zwar geht es um einen XXL Drogerie Haul. Ja, also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bin ein bisschen außer Puste und wie ihr seht, ich habe auch ein bisschen eine rote Nase und mir ist warm. Und Sammy ist auch am chillen. Wir waren nämlich eben spazieren, so in der Kälte und deswegen ist mir jetzt gerade auch etwas warm. Kann sein, dass es sich im Laufe des Videos etwas anders verhalten wird. Mal gucken. Ich habe ein bisschen geshoppt online bei DM und Rossmann und Kiko hatte einen mega krassen Sale. Und da Kiko auch in der Drogerie zu finden ist, ich glaube bei Müller, habe ich mir gedacht, dass ich das auch hiermit in diesen Haul mit reinnehmen werde. Ich habe mich auch eben vor dem Video, ohne dass die Kamera mit lief, ein bisschen geschminkt. Ich habe ein paar Produkte in meinem Gesicht ausprobiert und wenn ihr möchtet, dass ich das auch gerne einfach nochmal wiederhole, wenn die Kamera mitläuft, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich würde sagen, wir starten dieses Video, diesen Haul einfach mal mit den Produkten von Kiko. Hier ist meine Kiko Bestellung drin. Die haben ja wundervolle Limited Editions, die du halt zu einem bestimmten Zeitpunkt, also wenn die Limited Edition nicht mehr ganz so aktuell ist, im Sale mega krass reduziert bekommen kannst. Und da habe ich bei der einen oder anderen zugeschlagen. Ich hatte auch schon mal welche gekauft, als die LEs halt noch aktiv waren. Da war es dann viel, viel teurer. Aber jetzt habe ich mir auch ein bisschen so geholt, wo es reduziert ist. Und ich weiß nicht, was du da machst, Hund. Aber geht halt auch dran vorbei. Das ist so eine Probe. Okay, also das Erste ist etwas, was ich von der lieben Jana, White Swan Beauty, die hatte das immer mal wieder erwähnt und auch empfohlen. Da habe ich mir die nachgekauft. Das ist die Unexpected Paradise Powder Foundation mit Lichtschutzfaktor 50. Die habe ich in der Farbe 03 Light Beige. Genau. Ich hatte erst gedacht, dass die mir ein bisschen zu dunkel sein könnte. Ich habe die tatsächlich über meine Unreinheit hier auch ein bisschen drüber getupft, um dann auch mehr Deckkraft zu bekommen. Und da hat die sehr gut funktioniert. Da hatte Jana auch erzählt, dass die sehr gut unter der Maske funktionieren soll. Das kann ich jetzt so natürlich jetzt nicht so sagen. Das kommt immer in so Seidenpapier eingewickelt. So einen minimalen Extraschutz quasi geben. Genau. Und hier ist das Produkt. Also die Verpackung, ne? 1A. Und die Limited Edition hieß Lost in Amalfi. Da habe ich mir ein bisschen was von geholt. Nee, Unexpected Paradise. Genau. Genau, 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 genau. Ich muss meinen genau Vorrat für dieses Video jetzt schon direkt am Anfang mal komplett aufbrauchen. Auf jeden Fall haben wir hier eine Puder, also ein Puder, was zu einer Foundation werden soll. Wir haben auch einen Spiegel mit drin. Ja, ne? Sieht jetzt so auf den ersten Blick relativ passend aus. Und das ist es auch. Also ich fand die ein bisschen zu dunkel tatsächlich hier auf meinem Viech. Aber ich glaube, wenn ich die so über mein Gesicht aufgebe, wird das ganz, ganz in Ordnung werden, ne? Ja. Ach so. Und hier unten drunter hat man dann nochmal so ein Puffelding, womit man das dann noch ein bisschen besser auftragen kann, um die Deckkraft zu erhöhen. Jo. Simi, wenn du hier gleich irgendwas umhaust, ne? Was machst du da? Mach nur Blätze. Ah, okay. Das nächste, was ich auch auf meinen Augen drauf habe, ist der Eyeliner, den man jetzt so ungefähr gar nicht sieht. Was ich, äh, ja, schade finde, weil ich hatte erwartet, dass er etwas intensiver rauskommt. Auch aus der Unexpected Paradise Limited Edition, der Waterproof Eye Marker. Sammy ist gerade da, wo ihr seid. Mausi, was machst du da? Sammy, komm. Hä? Komm? Komm? Was machst du denn da? Lauf, lauf, lauf weiter. Nein, weiter, weiter, weiter. Ich möchte mich irgendwo, irgendwo. Mausi, du hast da hinten deinen Platz. Willst du nicht? Das ist mein Eimer. Fräuchid ist jetzt hier gerade konzentriert. Und er so, nein. Oh Mann, ey. Ich muss gerade schon heulen, weil ich das so niedlich finde. Okay, ähm, ja, das ist ein, ähm, Eyeliner. Ich hatte mir erhofft, dass die Deckkraft auch ordentlich ist, weil die Farbe ist halt die Farbe 01. Ist so ein richtig schönes Türkis. Leider ist es wirklich nicht so, ja, wie erhofft, ne? Ja, so schaut er aus. Also der packt das nicht so richtig, dass er sich über den Nitschacken gibt. Hat eine sehr, sehr breite Filzstippspitze. Ich male den hier mal hin. Ja, da malt er okay, ne? Man sieht da schon, dass er, ja, nee, das sieht man schon, dass der halt nicht so super intensiv malen wird, ne? So einen grünen Türkis fand ich wunderschön. Und gerade wenn man so einen recht simplen Augenlook wie heute schminkt, habe ich mir gedacht, dass es ganz cool werden würde, wenn man den dann so als Eyeliner-Esserzeit nimmt. Oder halt als Eyeliner, um das Ganze ein bisschen poppiger zu machen. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Aber gut, der wird jetzt nochmal eingehender getestet, ne? Auf verschiedenen anderen Arten und Weisen. Und dann gucken wir einfach mal, wie der sich im Laufe der Zeit verhält. Also, etwas, was ich mega geil fand oder finde, habe ich jetzt auch drauf, den Bronzer. Den siehst du ungefähr gar nicht, ne? Aber, kannst du aufbauen. Ist die Farbe 02 Universal Sienna und, äh, Universal. Und du kannst die Kiko Bronzer auch richtig krass aufbauen, ne? Also, da brauchst du jetzt nicht irgendwie, äh, Angst haben mit der Pigmentierung, Unexpected Paradise. Und die kommen halt immer wieder in diesen Limited Editions, haben dann halt immer nur eine andere Verpackung. So, hier sind 20 Gramm dran. Das ist ein riesen Oschi von Bronzer. Das ist wahnsinnig krass, krass, krass. Und das war halt die Sommer Limited Edition dieses Jahr, ne? Da hatten die, glaube ich, zwei. Ich glaube, die, ähm, Unexpected Paradise und die Lost in der Malfi oder sowas. So schaut der aus. Der ist echt riesig, ne? Also, meine Relation zum Gesicht. Die Farbe von dem Packaging ist ja echt mein Ding, ne? Und da habe ich, Gott sei Dank, mir die zweithellste genommen, weil die zweithellste ist immer noch recht hell. Und die hat so einen Schimmer mit drin. Oh, finde ich das schön. Sieht man auch im Gesicht, ne? Sehr subtil, aber da. Nicht fleckig. Fand ich mega. Also, da freue ich mich, dass er jetzt auch bei mir in der Sammlung drin ist. Dann habe ich auch ein weiteres Produkt auf meinem Gesicht. Und zwar das Puder, das Finishing-Puder, was irgendwie, anfangs dachte ich, hm, nicht, dass es zu matt ist. Aber das hat irgendwie eigentlich mehr so ein Glow noch mit dabei gehabt. Also, das ist nicht super mattierend. Das ist aus der Lost in Malfi-Serie gewesen, das Finishing-Puder. Ja, und das ist halt so ein translucent, transparentes Rampampampuder. Da finde ich die Verpackung auch wunderschön. Da habe ich auch schon irgendwas mal von gehabt, glaube ich. Oder habe ich noch, ich glaube, den Blush habe ich mir davon geholt oder so. Ist auch richtig schön. Das Standardsortiment von Kiko ist nicht ganz so meine Welt, muss ich gestehen. Das mag ich nicht so gerne. Aber die Limited Edition sind echt der Hammer. Auch hier wieder schönes Packaging, schöner Spiegel mit drin. Schönes... Boah, Leute! Das hätte gerade echt schief gehen können, ne? Huhuhu. Schönes Puder. Huhuhu. Genau. Das ist jetzt auf dem Finger nicht so alt zu viel. Aber das gibt halt schön Puder ab. Und das macht einen schönen Effekt, ne? Das siehst du jetzt so. Nicht mehr, aber... Ja, macht einen schönen Effekt im Gesicht. Man sieht es ja auch so. Das sieht jetzt nicht extrem cakey aus. Sieht alles sehr gesund aus, finde ich. Ja. Ne? Werde mir fast runtergefunden. Okay. Dann habe ich hier den Unexpected Paradise Highlighter mir geholt. Den habe ich noch nicht ausprobiert. Den möchte ich noch ausprobieren und jetzt mit euch zusammen einfach mal swatchen, um zu schauen, wie das so ist. Ich habe die Farbe 01 Light of Venus. Ne? Mega. Und hier ist tatsächlich ein etwas anderes Verpackungsdesign, obwohl es die gleiche LE ist wie hier, ne? Also da haben wir Gold. Ihr könnt Farben sehen, ne? Gold und grün-Türkis. Und der sieht auch richtig schön aus. Das ist so ein Champagner-Tönchen. Hat auch so ein Pressing mit drin. Hammer. Ui. Champagner eher Gold, fast schon. Mega. Tolle Pigmentierung. Ich bin jetzt schon fast versucht, mir den nochmal on top zu geben, obwohl ich schon glänze wie eine Kugel. Also merkt auf jeden Fall euch, wie dieser Highlighter hier aussieht. Denn den zeige ich euch gleich auch nochmal. Sehr subtil, sehr schön. Ne? Merken. Und jetzt nehme ich mir einfach mal so einen Pinsel, mit dem ich eben... Das ist kein Highlighter-Pinsel. Das ist eigentlich ein Blush-Pinsel. Aber so jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Ja, Highlighter auf Highlighter wirkt natürlich immer intensiv, Leute. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Krass. Der ist schön. Der ist auch echt nass. Der ist nicht glitzerig. Der ist super schön. Mega. Ja. Juti. Dann kommen wir zu etwas, was ich ebenfalls im Gesicht trage. Und zwar die Foundation. Also, ich finde, dass mein Hautbild recht ruhig aussieht. Auch wenn meine Nase natürlich... Ich habe eben Nase geputzt und Eingram, ne? Die ist... Da hat sich die Foundation natürlich ein bisschen abgetragen. Ähm... Aber ansonsten finde ich, dass mein Hautbild gut aussieht. Es gefällt mir. Es ist eine natürliche Deckkraft, die ich drauf habe. Nicht zu intensiv. Nicht zu leicht. Also es hat auch... Als ich die aufgetragen habe, super leicht funktioniert. Ich habe die hier mit so einem Foundation-Buffer von Luvia einfach eingeblendet. Super einfach, super schnell. Ähm... Hatte keine große Deckkraft, aber hat schön ausgeglichen. Und da habe ich die Unexpected Paradise Waterproof Fluid Foundation mit Lichtschutzfaktor 30 in der Farbe 01 Porcelain gewählt. Genau. Ich habe schon wieder gesagt. Bei jedem genau dürft ihr irgendwas machen. Dürft ihr ein Smiley in die Kommentare setzen. Dürft ihr euch einmal freuen, dass ihr gesund seid. Wenn ihr gesund seid, was ich hoffe. Dürft ihr euch einfach mal über irgendetwas freuen. Keine Ahnung. Denkt euch irgendwas Schönes aus oder trinkt euch ein. Macht wie ihr wollt. Äh... Ja. Auf jeden Fall kommt diese Foundation in einer Tube. Da habe ich erst gedacht, ui. Bin ich eigentlich kein Fan von, muss ich gestehen. Ich bin eigentlich bei Foundations-Fan davon, wenn du so einen Pumper hast oder sowas, ne? Gut. Ja. Aber dieser... Diese... Dieses Rausquetschvieh ist so süß, präzise, dünn, dass es mir schon wieder gefallen hat. Doch. Das hat gut funktioniert. Im Prinzip habe ich mir die aufgegeben, wie ich mir normalerweise Primer aufgebe. Also hier einen Streifen, da einen Streifen, hier einen Streifen, da einen Streifen, hier so ein bisschen, hier so ein bisschen und dann mit dem Foundation-Finsel eingearbeitet. Hat super schön funktioniert. Hat ein tolles Gefühl auf der Haut gegeben. Doch die mochte ich wohl. Die kann ich mir auch schön vorstellen im Sommer, weil die halt einen Lichtschutzfaktor von... Weil die einen Lichtschutzfaktor von 30 hat. Und ich gebe ja sowieso schon in meine normale Tagespflege auch oder mit meiner Tagespflege mir Lichtschutzfaktor auf. Aber mehr ist mehr tatsächlich bei Lichtschutzfaktor. Und deswegen, ne, fand ich das klasse. Ja. Und die finde ich auch gut. Und die werde ich jetzt auch weiter verwenden. Ich habe mir noch eine weitere Foundation ausgesucht. Die habe ich aber noch nicht ausprobiert. Das ist die Tuscan Sunshine. Noch in der LE, die glaube ich auch aus dem Sommer kommt. Also Kiko haut richtig viele LEs raus, finde ich, ne. Aber die gibt es noch recht lange auf der Homepage. Und dann für sehr günstig Geld nachher im Sale zu kaufen. Nur so als Tipp. Luminous Foundation, genau. Und hier sind, äh, ist die Farbe 01 drin. Und die soll dann halt in dem Sinne Strahlkraft geben. Und da mir die andere 01 sehr gut gepasst hat, kann das auch was werden. Mir hat die Foundation aus dem Standardsortiment gar nicht so ultimativ gut gefallen, um ehrlich zu sein. Weil die mir doch, also aus dieser Smart Collection, ne. Das war mir zu cakey, zu matt, zu, ich weiß es nicht. Hat mir nicht gefallen. Aber die jetzt, die ich jetzt drauf habe von der Unexpected Paradise, finde ich mega. Ähm, und hier muss ich mal gucken. Die Farbe heißt übrigens Ivory. Verpackung ist halt wieder ähnlich. Aber trotzdem mag ich dieses Design hier. Das ist hübsch. Und das sieht witzig aus. Was ist das denn? Das habe ich ja bei einer Foundation noch nie gesehen. Oder habe ich gerade irgendwie die halbe Kappe mit abgemacht? Nö. Nö. Das gehört so, ne? Witzig. Okay, ich mache die mal auf den Handrücken, um einfach mal die Farbe mir anzuschauen. Wow, die ist super flüssig. Oder habe ich jetzt nur die erste? Ne, die ist so flüssig. Oh mein Gott. Ich muss mir auch ein bisschen was davon runternehmen. Das ist ja aufregend. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so super flüssig ist. Oh oh. Jetzt habe ich das so weit, aber sie ist halt super flüssig. Habe ich super gezeigt hier gerade. Hm. Mist. Äh, ja. Okay. Ich blende sie mal ein. Ich finde sie schön. Also auch wieder eine ruhige, dezente Deckkraft. Sieht jetzt nullfleckig aus. Ich gebe mir dann deswegen wahrscheinlich auch dieses Auftrageding. Also wirklich wie Wasser, ne? Sieht fast aus wie ein Serum. Es tropft richtig. Bauen wir die mal auf. Also so flüssig. Das muss ich euch zeigen. Das ist krass. Ne? Man sieht es jetzt auch. Hammer. Doch, die lässt sich aber aufbauen. Also man hat dann auch eine aufbaubare Deckkraft. Das sehe ich gerade hier natürlich. Aber sie kriegt hier jetzt nicht so mega in die Handfältchen. Ein bisschen schon. Da muss ich dann mal im Gesicht gucken, wie das ausschaut. Aber so sieht es auf der Hand aus. Luminous. Ja, ein bisschen. Meine beiden Hände im Vergleich. Doch die Farbe ist auch in Ordnung, ne? Ja, das müssen wir ausprobieren. Ich bin heute ein bisschen tatterig unterwegs. Ich weiß auch nicht. So, aus der gleichen Limited Edition Tuscan Sunshine habe ich das Perfecting Powder mir ausgesucht. Also, ne? Ich finde es immer okay, wenn du halt eine schöne Verpackung mit dabei hast. Aber noch wichtiger finde ich natürlich, dass das Produkt an sich schön ist, weil ich ansonsten diese Verpackung ja nicht aufbewahre, ne? Ja, genau. Das ist hübsch. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Erinnert mich ein bisschen an den Nas Orgasm von der Farbe her, weil so dieses orange-rosa-gold-schimmernde. Hammer. Also, ich hätte eigentlich fast schon aus diesem Kiko Haul ein eigenes Video machen können. Krass. Oh, wow. Oh, Leute. Ich hoffe, die Kamera stellt das jetzt ordentlich scharf. Aber guckt euch mal dieses Pressing, dieses 3D, diese Prägung an. Wow. Riecht nach nichts. Oh, das fühlt sich an wie die Foundation von Nas. Da habe ich nämlich auch gesagt, es fühlt sich an, wie als würde ich mit dem Finger über Plastik gehen. Weil das halt null Produkt so abgibt. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Es ist ein Cube dazu. Fühlt sich sehr, sehr, sehr genauso an. Das ist ja Wahnsinn. Wobei die mir tatsächlich gar nicht so gut gefallen hatte. Das Puder von Nas. Das muss ich mal ausprobieren. Sehr interessant. Habe ich gesagt, dass ich das ja interessant finde. Okay. Dann gehen wir zum nächsten Produkt. Ja. Das hatte ich für Sarah. Für den Adventskalender von Sarah gekauft. Genau. Habe ich mir jetzt aber nochmal nachgekauft. Für mich. Und zwar in einer anderen Farbe, glaube ich. Oder? Die Farbe 01 von den Holiday Gems Diamond Dust Lipsticks. Boah, Leute. Das ist, das ist heftig. Das ist einfach heftig. Also die Verpackung ist ganz nice, ganz hübsch. Schaut so aus. In einem schönen Gold und dann so, so, ja, Diamanten mäßig. Aber dieser Lippenstift. Das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Du hast diesen Lippenstift. Und es sieht aus, als wäre da Samt drumherum. Und als wäre ein Sternchen in dem Lippenstift drin. So würde ich das beschreiben. Das ist Hammer. Der ist, ne, so ein bräunlicher. Und dann auch noch so Schimmer außen drumherum zu. Riecht ein bisschen süßlicher. Den swatch ich irgendwo hier. Das ist ein schönes Nude. Ne? Ich bin buff. Ich meine, das ist jetzt, ne, von, von, echt, auf den Lippen. Du wirst es nicht so wirklich sehen, ne? Aber dieser Lippenstift ist so wunderschön. Okay, okay. Verpackungsopfer schreit laut. Hier bin ich. Holiday Gems. Da habe ich mir den Shine On Highlighter geholt. In der Farbe 02 Shimmering Stardust. Ich hoffe, dass er tatsächlich nicht so schimmernd ist, wie sein Name es sagt. Ich hatte den schon mal bestellt bei meiner letzten Kiko Bestellung. Und da ist er zerstört angekommen. Weswegen ich aber sehr schnell auch von Kiko einen Rabatt bekommen habe. Also da sind zwei Produkte kaputt gegangen. Und dann habe ich halt die Produkte als Rabatt bekommen. Plus dann noch ein bisschen was on top. Und das habe ich halt auch für diese Bestellung mit ausgegeben, ne? Genau, das ist jetzt schon wieder ein genau gewesen. Und das ist die, ähm, ja, Weihnachts-Limited Edition gewesen. Oh, wunderschön. Wunderschön. Oder? Oh je, oh je, oh je. Der sieht aber deutlich glitzeriger aus. Fühlt sich extrem weich gepresst an. Sehr samtig und weich. Der dürfte aber nicht so sein wie der andere. Ja, der hat mehr groben Glitzer mit drin. Ich weiß nicht, ob man das hier an der Hand so sieht. Schwierig, ne? Sehr schwierig. Ja, sieht man nicht wirklich. Aber der glitzert halt mehr, als dass er schimmert. Nicht so extrem grober Glitzer, aber es ist schon grober Glitzer vorhanden. Muss ich gucken, ob der mir gefällt. So, dann habe ich mir noch einen Blush geholt. Und zwar Unexpected Paradise, den 3D Blush in der Farbe 02 Dream Coral. Das ist dieser hier. Ja, bei Kiko lohnt es sich wirklich drauf zu warten, dass die Produkte reduziert sind. Und weil die halt, ihr seht es ja bei den Einblendungen, so exorbitant krass reduziert sind. Der schaut so aus. Das hat das gleiche Packaging wie auch der Highlighter. Oh, der ist auch schön. Der ist schön. Und der hat halt auch einen Schimmer mit drin. Hat so ein Blood Pressing. Der riecht auch irgendwie süßlich. Oh, ja. Das ist ein schöner, schimmernder Blush. Hammermäßig. Doch, doch. Ja, sehr, sehr pigmentiert. Sehr, man sieht ihn nicht, Claudi. Sehr rosa. Aber der macht bestimmt ein schönes, frisches Finish auf dem Gesicht. Da habe ich auch Bock drauf. Ich habe jetzt auch wiederum ein Blush auf meinem Gesicht. Merkt euch, wie er jetzt aussieht. Man sieht ihn kaum, ne? Sehr subtil. Und dann gebe ich den hier jetzt einfach mal so ein bisschen on top. Okay, ich habe jetzt schon so viel auf meinem Gesicht. Da wird es wahrscheinlich schwierig, dass man irgendwas sieht. Aber... Doch, man sieht ihn. Ne? Dieses frische... Doch, 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 doch. Sehr zart. Sehr schimmernd. Fast schon wie ein Nasorgasm. Hat Kiko doch sich vielleicht Nas bei dem einen oder anderen Produkt als... Ich jupe das mal genommen. Ich weiß es nicht. Aber das gefällt mir. Ist schön. Muss ich aber nochmal solo testen, wenn ich nicht schon vorher so viel Rampa-Bam drauf habe. Dann habe ich mir noch ein Blush geholt aus der Holiday Gems Reihe. Das ist dieser hier, der Suede Blush. Und soweit ich mich erinnern kann, war der matt. Habe ich in der Farbe 01 Cinnamon Crush. So schaut das Packaging aus. Das hatten wir eben schon in mattgrün. Das ist jetzt schön gold. Der ist tatsächlich etwas zurückhaltender, dezenter. Hat aber auch dieses Pressing mit dem Sternchen in der Mitte, was ich echt nice finde. Und ist eher peachig und zurückhaltender. Aber samtig, wenn ich drüber gehe, kein Schimmer. Matt. Das ist wahrscheinlich eher was für ein Alltag dann, ne? Ich swatch den hier hin. Oh ja, aber der ist doch sehr intensiv. Also für ein peachy Blush, ne? Aber gefällt mir. Muss ausgetestet werden. Passt nicht mehr aufs Gesicht, weil da ist schon so viel los. Dann habe ich aus der Lost in Amalfi, heißt das überhaupt eher Amalfi Serie, noch den Bake Blush. Ich glaube, die ist eskaliert. Ich merke das. Entschuldigung. In der Farbe 01 First Sunrise. Also der erste Sonnenstrahl. So was ich hier drin verbergen. Also das mag ich auch richtig gerne. So ein schönes, weißes, cleanes Packaging. Aber trotzdem noch diese 3D-Elemente da mit drin. Was halt auch so schön changiert. Den mag ich auch gerne leiden, ne? Das ist halt so ein gebackener. Der wird auch ein bisschen Schimmeranteil mit drin haben. Der ist nochmal eine Stufe dezenter. Den siehst du hier fast gar nicht auf dem Mittelfinger. Ja, der hat definitiv einen Satin Finish, um das mal so zu sagen. Aber schimmert jetzt nicht. Das ist dieser hier. Und der ist noch ein bisschen heller, ein bisschen mehr ins Rosa gehende, als der, den ich vorher aus der Holiday Gems hatte. Ähm, aber nicht so rosa wie der. Hätte ich natürlich alle wundervoll nebeneinander schrutschen können. Habe ich nicht gemacht. Dann habe ich mir noch ein Pinselset bestellt. Und zwar auch aus der Holiday Gems Collection Never Without Brushes Kit. Ja, ne? Solche Taschen, die bewehe ich immer auf, um sie halt, wenn ich Verlosung mache oder so, dann mache ich die Produkte rein. Ich gebe das dann immer an euch entsprechend weiter. Aber, ähm, für mich ist halt wichtig, was drin ist. Und da haben wir drei Pinsel drin. Genau. Und noch ein, genau. Im Prinzip sind es sogar vier Pinsel. Oh, Käse! Weil dieser Pinsel hier ist ein Smudger und gleichzeitig ein Applikatorpinsel. Damit kann man halt richtig gut, äh, Lidschatten auftragen. Also so, so Schimmerlidschatten. Also was der hier unten nicht greift, das wird der hier oben greifen. Definitiv. Und deswegen fand ich das auch sehr interessant. Die Form der Pinsel ist auch ganz cool, weil die so eckig sind. Dann, ähm, habe ich hier ein, ich nenne sowas gerne Allrounder Pinsel. Ihr habt ja eben gesehen, mit welchem Pinsel ich hier eben Blush und Highlighter aufgetragen habe. Damit habe ich auch Puder und Bronzer aufgetragen. So ein abgeschrägter, sehr fluffiger und sehr, sehr weicher Pinsel. Mag ich auch richtig gerne leiden. Also solche Pinsel mag ich gerne. Die sind, oh, der ist auch richtig schön weich, ne? Mega. Und dann habe ich hier einen Pinsel, den du als Highlighterpinsel verwenden kannst. Oder als Lidschattenpinsel. Je nachdem, wie man so lustig drauf ist. Ähm, ich würde sowas, ich denke, vermehrt als Highlighterpinsel verwenden. Aber auch hier der Pinselstil, total cool. Also das ist, ne? 1A, um Highlighter aufzutragen. So, das wäre jetzt die Kiko-Bestellung gewesen. Jo. Klitzekleine Ausbeute, ne? Äh, ja. Jetzt gehen wir mal weiter zu der generellen Drogerie-Bestellung. Zuallererst möchte ich euch eigentlich die Produkte zeigen, die ich so im DM geshoppt habe. Und, ähm, ja, da ist es halt hauptsächlich so Gesundheit und, ähm, Haushaltsprodukte geworden. Weil die, wir brauchen die einfach. Also ich brauchte Waschmittel, ähm, normalerweise nehme ich ja meinen Waschball. Kann ich euch in der Infobox verlinken. Aber aktuell, aufgrund der aktuellen Situation, ähm, Habe ich es einfach irgendwie lieber so vom Gefühl her, Waschmittel zu verwenden. Ich weiß nicht. Es ist einfach ein Gefühl. Und ich finde, das eigene Gesundheitsbewusstsein und das eigene Wohlempfinden sollte dann quasi okay sein. Also dass man sagt, ich nehme dann für die Zeit, wo ich es einfach brauche, ähm, Produkte, die halt nicht unbedingt mega umweltschonend sind, sondern Produkte, die dafür dienen, mein eigenes Wohlbefinden zu fördern. Einfach so, ne? Keine Ahnung. Weil normalerweise verwende ich, wie gesagt, den Waschball. Aber jetzt gerade hole ich mir wieder Waschmittel. Ansonsten brauche ich kein Waschmittel. Jetzt brauche ich es. Genau. Ähm, denk mit. Feinwaschmittel Fresh Sensation habe ich geholt. Ideal für Sport- und Funktionskleidung sowie synthetische Fasern. Geeignet für Membrantextilien. Und du kannst das von 20 bis 60 Grad halt verwenden. Deswegen habe ich das auch mitgenommen. Wir waschen unsere Wäsche immer auf 30 Grad oder auf 60 Grad. Äh, auf 30, 40 oder 60 Grad, genau. Je nachdem, was man halt so hat. Hauptsächlich aber tatsächlich auf 40 Grad. Und ja, das duftet jetzt einfach mal mit. Einfach mal so ein frischer Duft. Fand ich ganz interessant. Und das ist dann halt so für diese Feintextilien, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Wenn ich ein Kleidchen habe oder sowas. Aber halt so Sommerkleidung halt auch mehr. Ähm, ja, feine Kleidung. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll halt. Okay, dann habe ich hier noch etwas geholt, was für die flauschigen Sachen sind. Wie zum Beispiel das, was ich hier hinter mir liegen habe. Das ist ja auch so ein, ähm, Flauschi-Stoff. Wobei ich da eher so ein Weißwaschmittel nehmen würde. Und, äh, genau. Für Flauschi-Sachen. Für Wintersachen. Color and Care haben wir aktuell die, ähm, rosa Variante davon. Ähm, Farb- und Faserpflege lässt Farben länger leuchten. Reduziert Knötchen und Fusseln für 30 bis 40 Grad Wäsche. Ja, und unsere, äh, Winterklamotten werden ja auch nur auf 30 Grad gewaschen. Von daher passt das. Und da wir jetzt aktuell sehr viele blumige Düfte hatten und sehr viel dieses, ähm, Mädchenhafte, habe ich mir bei diesem Einkauf gedacht, komm, ne? Mein Freund braucht nicht immer irgendwas Blumiges haben. Und dann mache ich dieses Mal, äh, eher so die neutraleren Düfte. Und dann habe ich noch ein ganz normales Color-Waschmittel, zum Beispiel für dieses T-Shirt mitgenommen. Ähm, Farb- und Faserschutz, Flecklöseformel für leuchtende Farben, starke Waschkraft für 20 bis 60 Grad. Und das ist halt ein ganz normales Color-Waschmittel. Joa, ne? Und das ist halt ein Klassiker, würde ich jetzt auch mal dazu sagen. So, jetzt habe ich nämlich die großen Klopper hier vom Tisch. Das war mir wichtig. Ähm, noch ein bisschen mehr Haushalt habe ich geholt. Äh, ja, wir brauchen Mülltüten. Da habe ich die hier geholt, 60 Liter. Ich glaube, das ist ein bisschen groß. Wir haben nämlich von, ähm, Ikea eine Küche. Und da haben wir dann unter dem, unter dem Waschgedönsen, eine Schublade, die du rausziehen kannst. Und da sind dann Produkte drin, aber da drunter, das stimmt, da sind so Ardücher und, äh, ne? Taps, Spülmaschinen-Taps und sowas drin. Und da drunter ist nochmal eine große Schublade. Da haben wir zwei große Mülleimer und zwei kleine. So. Und für die beiden großen Mülleimer, die drin sind, ich glaube, die haben 50 Liter. Ich glaube, ich habe mich vergriffen. 50 hätten es tatsächlich getan. Habe ich die hier mitgenommen. Zugbandmüllbeutel zum schnellen Verschließen ohne Abreißen. Ich mag das halt gerne, wenn ich so ein Zugband da habe, muss ich ehrlich sagen. Wobei ich jetzt aktuell bei unseren gelben Säcken so einen kleinen Kampf mit unseren gelben Säcken führe, weil die schlecht vernäht sind. Und dieses Zugband sich oben in dieser Geschichte da vernäht hat. Und da muss ich jetzt immer rausfusseln. Oh, das macht mich jedes Mal wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Egal. Auf jeden Fall mag ich die. Finde ich die interessant. Und die werden wir jetzt verwenden. Und dann habe ich noch welche mitgenommen für 30 Liter. Das ist dann halt quasi für die kleinen, ähm, ja, Müllviecher, die wir haben. Zugbandmüllbeutel mit Duft. Die mag ich ganz gerne zum schnellen Verschließen mit frischem Citrusduft. 20 Stück sind hier drin für 30 Liter. Das wird auf jeden Fall passen, weil ich glaube, die Mülleimer haben 25 Liter. Und ja, natürlich. Du kannst auch bei Ikea dir die Originalfiecher holen, die halt genau reinpassen und so. Oder man holt sich die bei DM für viel weniger Geld und freut sich einen Keks. So. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. In meinem letzten Yoga Junkies. In meinem vorletzten Yoga Junkies. Unboxing, ja. Ja, hatte ich eine Nachricht bekommen, dass ich wieder Tante geworden bin. Und wie das dann so ist, immer wenn ich solche Nachrichten bekomme. Ich bin ja nicht zum ersten Mal Tante geworden, sondern jetzt mittlerweile zum vierten Mal tatsächlich. Ähm, ja. Gehe ich dann bei DM ein bisschen stöbern und hole so ein paar Sachen. Ähm, man bekommt halt auch immer auf dieser DM, das ist Neuseite, angezeigt, super viele Babysachen. Ne, und da bin ich dann halt so ein bisschen verfallen, um das mal so zu sagen. Egal. Ich hab mir geholt, oder ich habe vor allem, ne, dann für, nicht mich, sondern dann halt zum Babypaket packen, verschenken, wie auch immer geholt von Nuk, den Magic Cup. Ab acht Monaten kann man den verwenden. Den hatte ich schon mal geholt, den hab ich jetzt nochmal geholt. Und hier fand ich es halt süß, man sieht es jetzt leider nicht. Da ist dieses, ähm, diese Edition mit diesem Hund, aber die sehen wir gleich nochmal. Da hab ich nämlich noch ein paar andere Produkte von. Und, äh, ja. Den hier zum Beispiel. Da sieht man es auch nochmal. Das ist der Action, ups, oder? Action Cup. Der ist ab zwölf Monaten. Und, äh, damit können Kinder, so hab ich das auf jeden Fall von meiner Schwägerin gehört, ähm, sehr, sehr schön eigenständig trinken lernen. Und das find ich süß. Und ich find's halt irgendwie cool, dass immer, wenn wir dann halt Pakete verschenken, also mein Freund und ich, ähm, dass es halt irgendwelche Hundesachen sind, ne? Genau. Weil wir halt einen Hund haben. Ganz offensichtlich. Der ist ja nicht unheimlich süß. Ich möchte es nur nochmal, nur nochmal gesagt haben. Ja, der da hinten so ablackst. Ja, ich hab noch ein bisschen mehr Kindersachen geholt. Wollen wir die jetzt direkt machen? Ja. Und zwar gab es aus der, also von Babylove, das ist ja die Eigenmarke von BM, ähm, so diese Ärmellätzchen und die haben halt auch diesen, äh, ich krieg grad, ah, ich werd grad ganz sentimental bei solchen Produkten, ne? Ähm, die haben halt auch so kleine Hunde mit drauf und das find ich niedlich und das ist praktisch, wenn das Kind so gefüttert wird oder wenn es halt irgendwann anfängt eigenständig zu essen, dass es dann so rumkleckern kann, wie es will. Es wird alles aufgefangen und man muss sich keine Sorgen machen. Dann aus der gleichen Edition gab es Geschirr und Leute, da konnte ich nicht nein sagen, da hab ich einen Teller und ein Schüsselchen. Es ist so süß, aber das wird tatsächlich bei uns bleiben, dass wenn dann mal, ähm, die Kinder zu Besuch kommen, dass die dann auch dort halt eigenes Geschirr bekommen. Das find ich immer ganz süß, weil ich hab das öfters mal, oder, ja, wenn halt Corona vorbei ist, ne, dass meine, ähm, Schwägerinnen oder meine Stiefschwestern oder so vorbeikommen und dann sind die hier und dann so, oh, habt ihr irgendwas, womit wir füttern können, so, äh, ne? Und jetzt haben wir was, find ich ganz schön. So, dann hab ich noch etwas geholt, das fand ich auch total niedlich, war, ist übrigens aus, äh, Melamin oder so nennt sich das. Genau, das sind Snackboxen, das ist ein Dreier-Set und halt auch wieder in diesem Hunde-Design. Ach, Mensch, da hat Baby Love einen rausgehauen, ne? Richtig süß. Und das ist halt, ja, wie gesagt, ein Dreier-Set. Einmal hat man halt diese Dose hier, da drin ist eine Dose, da steht drauf, das ist ein bisschen Matroschka-mäßig, wuff, 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 find ich auch ganz niedlich. Kann man natürlich auch für sich selber verwenden, ne? Nur mal so, wir sind hier alle jung geblieben. Und da ist hier noch drin eine noch kleinere Dose mit einem, mit einer Hundehütte. Genau. Ja. Das fand ich süß. Deswegen hab ich das gekauft. Sind das manchmal Impulskäufe? Ja. Sind das Käufe, wo man nicht unbedingt nachdenkt? Ja. Freue ich mich trotzdem, dass ich es gekauft habe? Ja. Ja, natürlich. Man ist ja auch so ein bisschen pädagogisch unterwegs, dass wenn da mal die Kinder vorbeikommen und wir haben hier so eine Spielekiste, die wir hier dann quasi hinstellen, wo die sich dran bedienen können, sowohl für Jungs als auch für Mädchen. Für alle möglichen Altersklassen habe ich dann da auch was drin. Dann haben wir auch so einen großen Autospiele-Teppich, den man zusammen puzzeln kann. Den kann man entweder draußen auslegen, wenn es halt schönes Wetter ist, ne, dass sie dann draußen spielen können oder hier drin, dass die nicht auf den Fliesen spielen müssen, sondern dass die halt so ein bisschen so eine weichere Unterlage haben. Ist ganz cool. Und dann habe ich noch etwas, ja, Pädagogisches gesucht, weil wir haben, glaube ich, keine Bücher in dieser Spielekiste. Mini-Steps, mein Schiebespaß, alle meine Tiere, ab 18 Monate ist das. Und ja, ne, ich weiß nicht, ich fand's süß. Genau. Ja. Kennst du schon alle Tiere? Und dann kann man hin und her schieben, hier an der Seite, ne, und dann kannst du immer so ziehen. Dann sieht man die Hühner, dann sieht man dahinter den Hahn, bla bla. Ist süß. Ja, apropos ist süß, ähm, auch, äh, eine, äh, Pinguin-Edition wurde herausgebracht. Und zwar, ähm, ja, lasse ich das aber eingepackt, weil wenn es weiter verschenkt wird, macht es keinen Sinn, wenn ich das jetzt anpacke und da dran rumfuschele. Ich weiß, dass diese Stoffe sich enorm flauschig, weich und so toll anfühlen. Ähm, genau, da habe ich hier einmal einen Pinguin, der so eine Rasse, oder, ja, eine Rasse ist quasi, ne, also das macht auch so Geräusche. Ähm, ja, ist süß. Das hier ist eine Spieluhr von einem Pinguin. Der hat hier auch so einen Beißring dran, oder? Ist das überhaupt eine Spieluhr? Ja, ne? Das ist nur so ein Aufhängevieh. Äh, Activity-Pinguin. Ja gut, das ist, äh, da kann er dran rumspielen. Hier hat hier so Beißringe dran. Und hier ist auch noch so ein Ring dran. Richtig süß, ne? Kann sich hier aufhängen, dann am Gehfrei oder so. Hier ist noch so ein Ring. Die Pinguin-Eli. Mega. Ich habe es gefeiert. Ähm, dann habe ich hier noch so ein Badebuch, ist das, glaube ich, ne? Das kannst du dann mit, äh, wenn gebadet wird, mitgeben. Und das kann, man flauschen, man kann damit spielen, man kann damit eskalieren und Spaß haben. Das ist halt auch mit diesem Pinguin-Design. Richtig süß. Richtig süß. Ich habe noch zwei Pinguine. Und zwar einen großen. Das ist der, äh, ja, einfach ein Spieltier, ne? Ja. Der ist aber so schön. Und solche Geschichten sind halt auch wirklich individuell verwendbar, ne? Das heißt, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen wird, ist egal. Pinguin geht immer, meiner Meinung nach. Ja. Und das letzte ist so ein Schnuffeltuch und das feiere ich hart. Da erinnere ich mich immer an meine, äh, Freundin, die einen Sohn hat, der mittlerweile, boah, ist er schon einfach weiter für eine Schule, nee, so weit ist er noch nicht, aber fast, ne? Relativ Ende Grundschule. Der hatte immer ein Schnuffeltuch, ja. Und, ähm, dieses Schnuffeltuch in ähnlicher Ausführung habe ich jetzt hier nochmal als Pinguin. Natürlich, ne? Es gibt es auch als, ähm, Reh, glaube ich, diese LE-Geschichte. Genau, das ist ein Schnuffeltuch. Er hat auch wieder hier den Weißring und so, oder Greifring oder Ring, Ring, keine Ahnung. Fand ich süß. Musste mit. So, das ist jetzt so meine kleine, ähm, hormontechnische Eskalation gewesen. Und, äh, jetzt machen wir weiter mit etwas, tja, wo ich sagen würde, das fällt unter die Rubrik da dumm. Denn, äh, als ich die bestellt habe, war noch nicht raus, dass wir jetzt alle die FFP2-Masken, beziehungsweise die OP-Masken nur noch nehmen dürfen, wenn wir rausgehen. Ja, ähm, ich habe mir vorhin gesagt, von Funlark, das sind eigentlich unsere absoluten Lieblingsmasken, den Mund- und Nasenschutz geholt, da sind fünf Stück drin enthalten, die sind wiederverwendbar und die finde ich eigentlich total klasse. Und es ärgert ein wenig, dass man die halt so nicht mehr dann verwenden darf. Bei DM habe ich mir dann bestellt Donto Dent Zahnseide-Sticks, weil ich keine mehr habe. Ähm, das sind die Sensitives. Natürlich, du hast bei den Zahnseide-Sticks deutlich mehr Verpackungsmüll, als du die bei normaler Zahnseide hättest. Natürlich tut es auch die normale Zahnseide, aber, auch da, mein Gesundheitsaspekt geht vor. Ich persönlich finde, dass diese Zahnseide-Sticks bei mir einfach viel, viel besser die Zahnzwischenräume reinigen und ich da einfach besser mit meinen Zähnen klarkomme. Und deswegen hole ich mir die Zahnseide-Sticks und keine Zahnseide zum Abrollen. Mein Freund nutzt die in der Rolle, weil die bei ihm auch super funktioniert. Bei mir halt, wie gesagt, nicht. Ich komme damit nicht klar. Deswegen, für mich, Zahnseide-Sticks müssen einfach sein. Und, ähm, ja, bevor ich gar keine verwende, verwende ich dann halt die Sticks, ne? So. Dann wollte ich die mal ausprobieren. Interdental-Picks. Ich habe ein bisschen Angst davor. Das ist die große XSS. Die sind ja wirklich winzig, winzig klein. Ich habe die damals, ganz damals, als ich eine Zahnspange getragen habe, da hatte ich die kennengelernt. Da hatte unser Zahnarzt die auch bei sich stehen. Jetzt nicht von Donto Dent, sondern andere. Damit musste ich halt immer meine Zahnspange sauber machen, ne? Und, äh, ja, die hatten aber auch größere Bürstchen. Solche sollte man nicht für die Zahnzwischenräume nehmen. Egal. Auf jeden Fall daher kenne ich diese Interdental-Sticks. Und es gibt die jetzt ja auch in der Drogerie. Das ist so gummiert hier vorne dran. Und damit kannst du dann nochmal intensiver deine Zahnzwischenräume reinigen. Natürlich, ich habe jetzt auch nächste Woche noch einen Termin zur PZR, zur professionellen Zahnreinigung. Das mache ich zweimal im Jahr. Finde ich auch super wichtig. Ähm, aber die dann halt für zu Hause, ne? Dass man halt Karies und so weiter vorbeugen kann. Finde ich immer sehr gut. Und die werde ich ausprobieren, ob ich die hinkriege. Also Zahnseide und ich, wir sind Freunde. Aber Interdental-Sticks und ich, wir müssen uns noch anfreunden. Noch ein bisschen mehr für die Gesundheit habe ich mir geholt. Und zwar, ja, nach wie vor ist es alles sehr dunkel draußen. Und ich möchte ein bisschen mehr mich gut fühlen, ne? Weg von der Winterdepression. Und da habe ich mir einmal von Mivolis geholt. Die Nahrungsergänzungsmittel Magnesium mit Calcium und Vitamin D3. Das ist dieses hier. Ist ein bisschen zerstört hier bei mir angekommen, aber es ist ja egal, wichtig ist, was drin ist. Ähm, das sind halt Kapseln, die man dann zu sich nehmen kann. Einfach zur Ergänzung. Unterstützt die Muskelfunktion und den Knochenerhalt. Und Vitamin D3 kennen wir ja auch. Das ist ja das Sonnenvitamin. Das ist auch so ein bisschen stimmungserhellend. Aber um das Ganze nochmal zu verstärken, habe ich mir von Doppelherz, ciao, die Vitamin K2 plus D3 Geschichten geholt. Denn du solltest normalerweise das Vitamin D3 nur in Kombination mit dem Vitamin K oder dem Vitamin K2 verwenden, da ansonsten der Körper das Vitamin D3 nicht aufnehmen kann. Entweder machst du es dann so, dass du dann dir diese Vitamin D3 Geschichten holst und dir das Vitamin K dann nochmal über die Ernährung oder über zusätzliche Tropfentabletten oder sonst was zuführst. Oder man holt sich direkt so ein Kombiprodukt. Ich glaube, hier ist auch tatsächlich gar kein Vitamin K mit drin. Ja, das ist dann natürlich nur Magnesium, Calcium, Vitamin D3. Ist aber auch für mich ganz gut, weil ich oft Krämpfe und sowas habe. Zum Beispiel während der Periode. Ja, und das hier ist dann so das, was ich normalerweise nehmen werde. So, Rossmann. Ja, auch da bin ich ganz gut unterwegs gewesen und davon trage ich auch einiges im Gesicht. Und ich würde sagen, wir starten da mit der dekorativen Kosmetik, die ich geholt habe. Da gab es oder gibt es immer noch eine Limited Edition und die nennt sich So Cozy von Riva Loves Me. Riva Loves Me ist eine Marke, die ich immer mehr schätzen lerne, weil die echt gut ist. Und hier habe ich den Primer, den Code Cream Primer. Das hatte ich auch bei Maxim schon in der First Impression gesehen und auch bei Sarah Isabel, Like a Daisy in Spring. Die haben das vorgestellt, fand ich sehr, sehr ansprechend. Deswegen habe ich mir den auch nachgekauft. Das ist ein Produkt, was du halt super jetzt im Winter verwenden kannst und das kannst du als Primer nehmen, also nachher dein Make-up auftragen oder halt wirklich so als irgendwie Zwischenstep vor dem Sonnenschutz und nach der Tagescreme. So würde ich das jetzt auch in Zukunft verwenden. Weil das ist ein Produkt, was quasi verhindert, dass deine Haut diese ganzen Irritationen von kalt-warm, kalt-warm durchmacht. Den habe ich auch wirklich heute als Primer verwendet. Ein super reichhaltiges, angenehmes Produkt, was 1A mit der Foundation zusammen funktioniert hat. Das ist jetzt kein Primer, der dir irgendwie ein Glow gibt oder der irgendwie die Poren verkleinert oder groß nochmal zusätzlich Feuchtigkeit spendet oder so. Aber du fühlst wirklich, was für eine pflegende Wirkung der hat. Also den kann ich euch nur empfehlen, euch den mal zu holen, sei es als Primer oder auch als ganz normale Creme. Ihr erinnert euch noch, wie mein Highlighter eben aussah, bevor ich den hier on top gegeben habe. In der So Cozy LE gibt es auch diesen Highlighter. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht, wenn du in Pfändchen diese drei Viecher drin hast. Das macht mich eigentlich immer wahnsinnig, weil ich mir immer denke, boah ne, mal möchte ich ein bisschen kühler, mal möchte ich ein bisschen wärmer, mal möchte ich ein bisschen mehr ins rosa. Und hier hast du alle drei drin, ist doch kacke. Aber da dieses Pfändchen halt so relativ klein ist, bin ich halt komplett mit dem Pinsel reingegangen und habe alles aufgenommen. Und das mache ich jetzt auch im Swatchen nochmal. Und da ist es für mich die perfekte Winterfarbe. Ein wunderschöner, relativ subtiler Highlighter, in der dir einen schönen, gesunden Glow ins Gesicht gibt. Also, ich fand den klasse. Und der ist auch nicht glitzerig oder sonst irgendwas. Der ist halt einfach da, ne. Schon schön. Sehr metallisch wirkt der. Also, da hat Rival Love Me echt einen rausgehauen. Der hat mir gut gefallen, ne. Bei dem Blush, der in der LE mit drin war, war ich erst ein bisschen skeptisch, weil auch der wieder so ein Dreiervieh ist, was mich ja auch erstmal in erster Linie etwas zurückschrecken lässt. Aber, aufgetragen, habt ihr den eben ja auch gesehen. Sehr subtil und vollkommen ging klar. Auch da bin ich komplett durchgeswurlt. Weil, überlege ich mal, ne. Wenn du da zu sehr in das Dunkle reinkommst, da hast du ja echt ein Problem als Blassnase wie mich. Aber, auf dem Finger auch wiederum ein schönes Tönchen, wo man sich nicht beschweren kann, meiner Meinung nach. Und das ist ein schönes Produkt, was mir auf dem Gesicht sehr gut gefallen hat. Also, so intensiv auf dem Gesicht war es natürlich nicht, wie jetzt hier im Swatch, ne. Aber, ihr habt's gesehen. Hat mir gefallen. Genau. Dann habe ich jetzt hier auf den Lippen, das seht ihr ja auch schon die ganze Zeit, ähm, der hält richtig gut. Also, ich war, ich hab den aufgetragen, dann sind wir spazieren gegangen, dann bin ich hier wieder hin. Und wir sind spazieren gegangen vor, boah, anderthalb Stunden, ne. Das ist jetzt schon 6 Uhr. Krass. Gleich gibt's Abendbrot. Mein Freund macht grad schon die Jalousien runter. Auch aus der gleichen Limited Edition, den Color & Care Lipstick. Und ich hab die Farbe, hat der eine Farbe? Ich glaub, der hat keine eigene Farbe. Ich glaub, den gab's dann wohl nur in einer Farbe. Hm, steht so nichts drauf. Aber es hat ein sehr, sehr schönes Verpackungsdesign, dieses Gold und dann außen drumherum, dieses, ja, durchsüchtig Plastik halt, ne. War im Auftrag extrem angenehm und super einfach, den aufzutragen. Und ja, den trage ich jetzt auf meinen Lippen. Der hat sich jetzt auch in der Zeit, wo ich ihn trage, gut verhalten. Ich hab einen Kaffee getrunken. Ich hab, ähm, mir ein Wasser getrunken. Jo, hat das nichts Verrücktes gemacht. Ich weiß nicht. Der ist sogar Kuss echt. Guck mal. Wahnsinn. Also, ich spür den auch nicht auf den Lippen. Sehr, sehr schön. Also, den find ich klasse. Ich mag ja normalerweise keine matten Produkte auf meinen Lippen drauf. Ähm, der gefällt mir. So. Äh, noch mehr. Ich glaub, ich hab mir die ganze LE gekauft. Kann das wohl sein, Leute? Ich schäme mich grad ein bisschen. Egal. Wir kriegen das hin. Äh, den Pinsel hab ich mir natürlich auch gekauft. Ich hab zwei eigentlich bestellt, aber nur einer ist angekommen. Der andere wurde mir gut geschrieben. Das ist der Rouge Pinsel. Ich liebe die Pinsel aus Limited Editions. Das ist eigentlich ein totaler Spleen. Den kannst du auch als Allrounder Pinsel verwenden. Blush, Bronzer, Highlighter, Ram, Pam, Pam, Puder und Spaß haben. Sieht aus wie ein, ein Horn. Horn. Ich feier das. Ich hab ja auch, also ich versuch ja wirklich die LE Pinsel von Riva Laus mir auch zusammen. Ich hab ja den Foundation Pinsel, der mir mega gut gefällt. Was, glaub ich, eigentlich nicht unbedingt ein Foundation Pinsel ist. Aber ich verwende ihn als solchen, ne. Also, der ist aus der ersten LE, die es dort gegeben hat. Und immer wenn die, also dieser Herzpinsel, immer wenn die jetzt LEs haben, versuche ich da auch wirklich zuzuschlagen. Weil die wollte ich mal ausprobieren. Ist jetzt ja aktuell voll im Trend, diese Nagelfolien, ne. Und die So Cozy LE führt jetzt auch diese Nagelfolien. Und da wollte ich einfach mal gucken, ob das bei mir funktioniert. Und wie das funktioniert. Und ob das mein Ding ist. Keine Ahnung, Leute. Muss ich mal austesten. Und dann werdet ihr die entweder mal in Videos sehen. Die sehen recht klein aus, wenn ich ehrlich sein darf. Weil ich hab ja so, ähm, runde Nägel. Das heißt, mein Nagel, meine Nagelfläche an sich ist echt groß. Also, da bin ich gespannt, ob ich da überhaupt irgendwas finde, was bei mir passen wird. Mal gucken. Und wie die vor allem halten, ne. Finde ich spektakulär. Dann habe ich mir aus der My Power ist die Air Palette geholt. Ihr seht sie auch auf meinen Augen. Jetzt schon die ganze Zeit die Lidschattenpalette. Finde ich okay, ne. Also, die wurde ja, also das hatte Like a Daisy in Spring, die Sarah Isabel hatte die, hatte die ja auch reviewed. Und hat gesagt, dass die nicht so bombastisch ist wie die anderen. Ich kann auch wirklich unterschreiben, dass die nicht so ultimativ geil ist. Ähm, die Pigmentierung ist so larifari. Aber ich bin ein Zwilling und deswegen musste ich die einfach aus reinen Sammleraspekten mitnehmen. Da kam ich gar nicht drum herum. Hier wird gesagt, dass man als Zwilling brillant ist, neugierig und unabhängig. Jo, ich weiß nicht. Brillant, Entschuldigung, keine Ahnung. Ich halte mich nie für brillant. Neugierig, ich bin furchtbar neugierig. Ich gehe Leuten damit richtig, richtig auf den Keks. Und unabhängig, doch im weitesten Sinne würde ich schon sagen, ne. Ich war recht schnell unabhängig. Und, äh, ja, die sieht larifari aus, ne. Du machst die auf und denkst, naja, habe ich bestimmt schon irgendwo bei mir in der Sammlung. Und die Töne hauen einen auch echt nicht vom Hocker. Ich habe hier, was für mich perfekt ist, nur drei matte Töne drin, was halt auch 1A funktioniert hat. Die habe ich auch alle verwendet. Den habe ich zum Setten verwendet. Den habe ich für die Lidfalte verwendet. Den habe ich zur Vertiefung der Lidfalte verwendet. Dann habe ich mir den Schimmerton, das ist so ein, ähm, ja, peachy Gold Schimmerton, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Habe ich mir hier nach außen hin aufgegeben. Dann habe ich mir diesen Schimmerton genommen, den ich richtig schön finde. Übrigens butterzart, die Schimmertöne. Da hat Sarah Isabel auf jeden Fall vollkommen recht gehabt. Den habe ich mir dann auf mein komplettes bewegliches Lid gegeben. Mit dem Pinsel war das okay. Ich habe den dann noch mit dem Finger ein bisschen mehr aufgebaut. Deswegen knallt er jetzt auch so intensiv. Und dann habe ich mir in den Innenwinkel dieses Silber gegeben. Das war heftig. Wow. Also da brauchte ich auch echt nicht viel von. Man sieht jetzt auch auf den Fingern, wie krass die aussehen. Das ist schon eine ordentliche Pigmentierung. Die haben eine gute Strahlkraft. Man würde jetzt auch vermuten, wow, die gehen ab wie ein Zäpfchen. Ich musste aber schon ziemlich viel Liebe in diesen Look stecken. Jetzt auch so geswatcht. Wunderschön als Highlighter. Bestimmt ein Traum. Genau. Aber da musste ich halt wirklich viel immer wieder aufbauen. Und mein Auge trennt gerade wie Bolle. Das geht mir minimal auf den Keks. Und dann habe ich mir noch aus der My Power Is-Reihe den Lippenstift geholt. Und das ist der Matte Lipstick. Ja, in der Farbe eher. Das ist halt jetzt passend für mich. Habe ich jetzt heute natürlich nicht aufgetragen, weil ich hier was anderes drauf gemacht habe. Aber definitiv so ein schönes, bieriges Pinkrot. Wow, sieht der krass in der Kamera aus. Also so hell ist der in der Realität tatsächlich nicht. Ja, der ist schön cremig, ne? Sieht auch toll aus. Genau. Hm, der riecht auch bierig. No, lecker. Etwas, was ich auch in meinem Gesicht trage und die ich euch eben unterschlagen habe, ist auch aus einer Rivaldi Loop L.E. Ein Augenbrauenprodukt. Das habe ich einfach on top gegeben, weil es ein Brow Powder ist. Aus der Steri Sky Limited Edition, das Brow Powder. Habe ich in der Farbe Medium Brown mir geholt. Und habe ich dann on top nochmal gegeben, um meine Augenbrauen so ein bisschen optisch zu verdichten. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich bin normalerweise sehr skeptisch bei solchen Produkten. Das hat die wirklich so ein ganz witziges Applikator-Füßchen. Und damit kann man sehr, sehr präzise arbeiten. Das fand ich gut. Wenn man dann wieder ein bisschen mehr eskalieren möchte, kann man sich eine Palette nehmen, die die liebe Cindy empfohlen hat. Cinderella Block neu. Die Night & Day Palette von Revolution Pro Color Focus Shadow Palette. Und da sie die in ihrem letzten Haul so ultimativ empfohlen hat, kam ich nicht drum rum bei meiner Bestellung, die mit zu bestellen. Sie ist einfach schuld. Und so schaut die Palette aus. Das ist so ein, von der Oberfläche so ein bisschen wie Leder, ne? Dieses Schlangenleder, würde ich sagen, füllt sich das an. Aber ist es natürlich nicht, weil die sind ja vegan, cruelty-free, ram-pam-pam. Wobei, vegan steht jetzt hier nicht, oder? Bist du auch vegan und cruelty-free? Ne, die ist nur cruelty-free. Okay. Veganer dürfen diese Palette nicht essen. Schade finde ich, dass die Farbnamen nur in diesem Einleger mit dabei sind. Aber, oh, wenn ich die so vor mir sehe, muss ich schon sagen, das ist mal eine Color Story, die mir richtig gut gefällt. Wir haben tolle Farben hier dabei. Das Einzige, was wir nicht haben, ist eine Farbe zum Setten. Ist nicht schlimm, ansonsten habe ich hier wieder meine zwei Lieblingsmatte-Farben. Ein schönes helles Braun, ein schönes dunkles Braun. Damit kann ich eine Lidfalte bauen und sie vertiefen. Und alles andere ist dann halt wirklich, um Krabbäm zu geben. Und da, oh, dieses Blau, das rastet aus. Das ist, glaube ich, hier eher so ein topper Ton. Kann ich mir gut vorstellen, um quasi hier noch so Sparkleys drauf zu bringen. Das ist so ein Duo Chrome, grün-lila. Ja, also nicht so dieser klassische Duo Chrome, den du dieses braun-grün gedünsen hast. Sondern, äh, das ist schön. Ähm, ja, den Gold mache ich jetzt mal nicht. Jetzt gehe ich mal in diesen Grau-Ton. Schimmergrau finde ich auch sehr spektakulär. Da sehen die Töne schon mal auf den Fingern aus. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, Ja, Cindy, da hast du mir schon mal eine gute Geschichte, oder uns vor allem, ne? Eine gute Geschichte empfohlen. Kann ich hier ja mal swatchen. Alter! Das ist ja nice! Ja, der Grau-Ton ist jetzt nicht so die Hausnummer schlechthin. Aber das sieht schon mal ganz ordentlich aus, ne? Kannst du mit arbeiten. Doch, doch. Nice. Ja. Genau. So, das sind jetzt die Schminkierrungenschaften. Und jetzt kommen wir nochmal, jetzt, wir sind bei Rossmann, wir sind bei Rossmann, ja. Ähm, nochmal zu einem Produkt, was ich halt immer wieder brauche, weil ich mache meine Nägel aktuell einmal pro Woche. Und, ne, da brauche ich halt ordentlich Nagellackentferner. Ähm, also ich mache sie ja sowieso immer einmal die Woche. Aber wenn ich jetzt halt auch so verrückte Sachen nehme, habe ich jetzt heute gar nicht so verrückt drauf. Aber wie hier zum Beispiel, wo ich so einen groben Glitzer auch mit drin habe, ich finde das dann diese Nagellackentfernerbrötchen ziemlich schnell opössend. Weil man macht dann ja erst, wenn man das mit dem Finger reingeht, dass du das Pigment an sich so runter nimmst. Und danach hast du ja noch den groben Glitzer drauf. Und dann raschst du da drin rum. Und dann kann es gut sein, dass du das Ding hier, also das Schwämmchen auch so ein bisschen zerstörst, ne, weil du auch ein bisschen intensiver reingehst. Ähm, deswegen habe ich mir jetzt nochmal ein Backup geholt. Ich hatte letztens erst ein neues angefangen. Also das ist jetzt mein Backup. Ähm, ja, von Isana Nagellackentferner-Acetonfrei für ein einfaches und schnelles Ablacken. Und das finde ich einfach praktisch, den einfach zu verwenden. Den hattet ihr mir mal empfohlen. Und ich muss da wirklich sagen, vielen Dank für die Empfehlung. Das ist eines der Mega-Helferprodukte überhaupt für mich. Da kriege ich einfach super meine Nagellacke mit ab. So, ähm, als Goodie gab es mit bei der Bestellung mit dabei. Eine Zahnpasta von Meridol. Leute, ne, das gibt es ja manchmal bei Rossmann, dass du dann ab und an was Gratis bekommst. Mal sind es Taschentücher, mal ist es einfach eine Zahnpasta. Läuft. Kaffee habe ich mit bestellt. Wir probieren so ein bisschen auch und so durch Kaffee durch. Das mögen wir ganz gerne, uns auch mal an neuen Marken heranzutasten. Die Espresso-Geschichte von... Oh, jetzt habe ich ein buntes Haar hier. Egal. Ähm, von NR Bio hat uns zum Beispiel überhaupt nicht geschmeckt. Das war nicht so lecker. Das hatte so einen leicht bitteren, sehr bitteren Nachgeschmack. Also nicht nur leicht. Ähm, ja. Jetzt probieren wir mal den von Laudatio aus. Auch das ist wohl eine Eigenmarke von Rossmann, weil das steht hier drauf. Der war recht günstig. Ganze Bohnen, Espresso, 100% erlesene Arabica-Bohnen. Ideal für Kaffee-Vollautomaten, haben wir. Und, ja, das ist jetzt einfach mal unser nächster Test, ne. Riecht mega. Aber ich liebe sowieso Kaffeebohnen. Espresso-Bohnen verwenden wir übrigens deswegen. Ähm, Espresso-Bohnen waren ja mal Kaffeebohnen. Also alles, was du an Bohnen kaufst, sind ja von Grund auf Kaffeebohnen. Aber Espresso ist nochmal eine speziellere Röstung. Das heißt, die werden dann nochmal intensiver geröstet. Somit gehen eigentlich die Bitterstoffe dann nochmal mehr weg, sodass es magenfreundlicher ist für den Menschen. Und, ähm, da wir beide, also vor allem mein Freund, so ein bisschen mehr Magenprobleme haben, ähm, holen wir jetzt halt die Espresso-Bohnen, weil es einfach bekömmlicher ist. Ja, und das machen wir uns ganz normal als Kaffee dann. Kann man sicher im Vollautomaten machen. Aber ich kann es jedem einfach mal empfehlen, der Probleme mit dem Magen hat und sehr viel Kaffee trinkt, so wie wir das machen, Ähm, Espresso-Bohnen auszuprobieren. Man kann den Mahlgrad in der Kaffeemaschine ja auch noch einstellen. Und man kann auch die Intensität des Kaffees an sich einstellen, wenn einem das dann nicht so stark sein sollte. Ähm, deswegen, genau, kann ich, wie gesagt, das einfach nur empfehlen. Espresso-Bohnen sind meistens ein bisschen teurer, eben weil er ja noch ein weiterer Produktionsschritt mit drin ist. Merkt man, dass ich schon mal in irgendeiner Art und Weise diesen Bereich gearbeitet habe? Läuft bei mir. Ja, ich habe schon in vielen Bereichen gearbeitet, aber da habe ich immer sehr viel Wissen auch für mein Allgemeinwissen gesammelt. Das ist sehr wichtig. Ähm, auf jeden Fall kann ich das Kaffee-Liebhabern sehr empfehlen. Bei Laudatio muss ich gucken, wie die schmecken. Das wissen wir halt noch nicht, ne? So, noch ein bisschen was zum Schnabolieren habe ich geholt. Äh, ja, habe ich eben tatsächlich bei mir, beim Kochen aufgebraucht. Und zwar von NRBIO, das Bratolivenöl finden wir richtig gut. Also das funktioniert auch gut zum Braten, Backen und Frittieren. Kann ich sehr empfehlen. Und die hatten es jetzt endlich bei Online, äh, bei Rossmann auch online verfügbar, sodass ich das auch mit in den Warenkorb packen konnte. Kam auch super eingepackt hier an. Also da musste ich mir keine Sorgen machen wegen Transportschäden oder sowas. Ähm, verwenden wir halt zum Braten. Ja, und das ist gut. Das gefällt uns. Und wenn man dann halt etwas hat, womit man eher so einen Salat anmachen möchte oder halt, ähm, ja, das Olivenöl kalt verwenden möchte, habe ich mir alternativ das griechische native Olivenöl extra geholt. Äh, mittelfruchtig. Ja gut, passt, ne? Und, ähm, das ist dann halt für kältere Sachen. Genau. Das soll man dann halt nicht so hoch erhitzen. Und das Bratolivenöl ist halt extra dafür geeignet, dass man es halt so hoch erhitzen kann. Monsieur hat gerade gestöhnt. Ja, es geht jetzt auch um ihn und zwar, es ist ja relativ dunkel, ne? Und wenn ich dann, so, so, abends. Und wenn ich dann abends, so ab 5 Uhr mit meinem Hund spazieren gehen möchte, ähm, ja, nee, finde ich das blöd. Also zum einen hat er eine Warnweste an, ich habe eine Warnweste an. Dann habe ich aus dem Warnwestenmaterial quasi noch eine Hundeleine. Dann haben wir Blinkies an uns dran, die man normalerweise bei Kindern so an Turnister oder sowas dran macht. Ähm, eine Kopflampe habe ich im Extremfall auch mit dabei. Aber ich brauche tatsächlich auch immer eine gute Taschenlampe. So, und jetzt habe ich aktuell eine, die ich aus einem Adventskalender, äh, aus einem Leckzeug-Adventskalender für meinen Freund gemobst habe. Was ja eigentlich meiner ist, weil ich ihn bezahlt habe, aber egal. Auf jeden Fall wollte ich aber einen Klopper von Taschenlampe haben, wo ich ein bisschen weiter mit leuchten kann, wo ich ein bisschen mehr sehen kann. Und da habe ich mir Tio Gold aus der Ideenwelt von Rossmann. 5,99 Euro hat die Wurge kostet und hier läuft. Schön, dass hier auch Batterien mit dabei sind. Blöd finde ich aber, dass es 3-fach-A-Badrehen sind. Das ja, naja. Aber gut, die hat 95 Lumen und die werde ich jetzt mal ausprobieren, dass ich die dann auch zum Spazierengehen verwende. Man fühlt sich einfach sicherer, wenn alles ein bisschen heller um einen drum zu ist, um das mal so zu sagen. So, ähm, ja. Zu dem Zeitpunkt, wo ich bestellt habe, äh, brauchte ich etwas, um etwas wegzumachen, was nicht schön war. Und ich hatte keine Handschuhe und das war blöd. Dann habe ich bestellt und wollte Einweg-Handschuhe in meinen Warenkorb packen. Ähm, die waren leider zu dem Zeitpunkt ausverkauft. Ich wollte welche bei unserem Supermarkt kaufen. Die waren auch komplett ausverkauft. Ich habe mal Rappe gekriegt. Ähm, naja. Dann habe ich mir jetzt aber als Alternative einfach für zwischendurch flink und sauber Handschuhe extra sanft geholt. Das ist ein Paar in der Größe M. Und, ja, das ist einfach, falls ich dann mal wirklich irgendwas Blödes habe, was ich wegmachen muss, wo ich theoretisch Handschuhe tragen müsste, dann habe ich die einfach da. Bis ich dann irgendwann endlich mal wieder Einweg-Handschuhe habe. Ne, ich habe jetzt welche bei Rossmann bestellt. Ich hoffe, dass die auch tatsächlich geliefert werden. Das ist ja manchmal so, du bestellst es, legst es in den Warenkorb und dann kriegst du ein paar Tage später eine Info. Hey, ist übrigens nicht mehr da. Ja, und, äh, deswegen. Angenehmer Duft ist mir jetzt relativ Pelle. Aber du kommst einfach nicht mehr an Handschuhe ran. Ich finde es total blöd, weil, ähm, ja, Menschen holen sich das jetzt aus ihrem Sicherheitsbedürfnis, aber die Leute, die das dann zum Putzen oder für was auch immer wegmachen, ich habe einen Hund, Leute, denkt drüber nach, ne, brauchen, ist es echt blöd, ne? Dann hast du halt nicht die Möglichkeit, dir irgendwelche, äh, musst du da reinpacken. Das ist nicht schön. Miss, wie du heute gebrochen. Das war nicht schön. So, eine Sache habe ich noch, beziehungsweise zwei, weil ich habe es zweimal gekauft, die Recycling-Tücher, Kosmetik-Recycling-Tücher von Rossmann beziehungsweise Alouette. Ähm, die sind zweilagig. Da sind 200 Tücher drin. Die haben wir halt überall stehen, ne? Also an allen Orten, wo man sowas halt verwendet, Leute. Ich habe hier eine Packung stehen, die aber sehr selten verwendet wird, weil ich ja halt auch Handtücher habe. Äh, bei uns im, im Essbereich haben wir auch sowas. Und es ist einfach praktisch, wenn du zwischendurch mal dein Mund abputzen, Nase schnäufen oder sonst irgendwas machen kannst. Das war es jetzt, ne? Bunt gemischt, XXL? Doch, ich glaube, das kommt auf jeden Fall hin. Also ich komme, ich werde meinem Titel auf jeden Fall hier gerecht hier. Ähm, ja, das war's, ne? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, hm, Holz, ja. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.